Das ist doch Son Goku, dein Schützling, der den großen Finalkampf gewonnen und trotzdem alles versiebt hat, oder? Ich werde auch teilnehmen. Das gibt's doch nicht, ist das nicht? Na klar, das ist Papas Stimme. Du kannst wirklich zum Turnier kommen, obwohl du tot bist. Oh Mann, das ist ja super. Ja, ich kann für einen Tag auf die Erde zurück. Ich hätte niemals gedacht, dass ich Wu schon so weit gegenüberstehen würde. Außerdem hat er sich ein riesiges Energiereservoir zusammengerafft. Vielleicht schon genug, um Wu zu erwecken. Euer Planet schwebt in größter Gefahr. Na Feini, dann lasst uns mal zur Sache kommen. Achtung! Hey, pass auf! Ich bin die Strucke berührt, der... Oh nein! Du wirst sterben, nicht wahr, Vegeta? Ist das sein Ende? Sag schon, was hat Vegeta vor? Will er mit ihm kämpfen? Wie will er diesen Wu besiegen? Was Vegeta vorhat, er kennt das erste Mal für das Leben anderer und opfert sich selbst an. Ich werde dich einfach pulverisieren und anschließend deine Asche in alle Welt zerstreuen. Muck nicht so große Töne. Ich weiß jetzt deinen Weg, dich zu besiegen. Ich werde dich heute mit mir in die Hölle nehmen. Lebt wohl, Bulma und Trunks. Lebt wohl, Kacke-Rot.